Endlich Gesetzesentwurf zur Energiepreispauschale für Rentner erlassen. Zahlung bis zum 15.12.2022 vorgesehen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es wurde auch wirklich langsam Zeit. Am 15.10.2022 hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales eine Formulierungshilfe für den Entwurf eines Gesetzes zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten- und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs des sogenannten Midijobs veröffentlicht. Dieser Gesetzesentwurf legt unter anderem nunmehr fest, wann die Energiepreispauschale für Rentner oder an Rentner auszuzahlen ist. Und zwar von amtlicher Stelle jetzt bestätigt, bis zum 15.12.2022 sollen die 300 Euro ausgezahlt werden. Die 300 Euro Energiepreispauschale erhält, wer am 1.12.2022, das ist der entscheidende Stichtag, Anspruch auf eine Altersrente, eine EM-Rente oder Hinterbliebenenrente hat und auch seinen dauerhaften Wohnsitz hier in Deutschland hat. Damit ist auch klar, dass die Stichtagsregelung, die bisher aktuell bekannt war, zum 1.9.2022 nicht mehr Bestand hat. Das heißt also, entscheidend ist, dass oder Anspruch auf die Energiepreispauschale hat derjenige, der am 1.12.2022 Anspruch auf eine der drei genannten Renten hat. Personen, die im Dezember 2022 erstmals eine Rente beziehen, erhalten die Energiepreispauschale spätestens zum zweiten Auszahltermin am Anfang Januar 2023. Wer die Energiepreispauschale aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht kennen, nicht ausgezahlt bekommt, der hat die Möglichkeit vom 9.1.2023 bis zum 30.6.2023 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum einen entsprechenden Auszahlungsantrag zu stellen. Laut Aussage des Gesetzesentwurfs ist die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsberechtigte, also Pensionäre des Bundes, nicht pfändbar. Endlich besteht Klarheit über die gesetzlichen Voraussetzungen der Energiepreispauschale für Rentner und der einzelnen Modalitäten. Wir werden unser FAQ entsprechend den Vorgaben des Entwurfs umgehend anpassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.